Herzlich Willkommen! Wir haben das letzte Mal von der Treue der ersten Christen und der Apostel gehört. Trotz Todesdrohungen waren sie weiterhin bereit, sich zu dem auferstandenen Christus zu bekennen. Aber es gab auch christliche Bewegungen, die Gott untreu geworden sind. Davon heute mehr. Wir lesen Offenbarung Kapitel 2, die Verse 14 bis 17. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Bala klärte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen dich streiten mit dem Schwert meines Mondes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manner und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. In dieser Gemeinde Pergamon gibt es Leute, die falsche Lehren von Biliam und den Nikolaiten verbreiten. Biliam lebte in der Zeit, als Israel nach der Wüstenwanderung rund 1400 vor Christus im Jordantal in der Nähe von Jericho lagerte. Biliam gab dem König der Moabiter, Balak, den Rat, die Israeliten auf die sanfte Tour zu besiegen. Es wurden schöne Frauen als Lockmittel eingesetzt. Die kampfstarke Armee wurde verleitet, den Opferfesten der Götter beizuwohnen. Mit Wein, Weib und Gesang wurde ein Hoch auf die Götter gesprochen. Also anstatt einen offenen Krieg zu führen, setzten die Feinde auf Rat des Biliams eine sinnlich-verführerische Strategie ein. Die Menschen, die sich an die Lehre Biliams und der Nikolaiten halten, verführen andere zu falschen religiösen Praktiken und Lehren. Werden zusätzlich zum wahren Gott andere Götter angebetet, dann nennt man das geistliche Prostitution. Das wäre so, als ob ein Ehepartner sagen würde, ich liebe meinen Partner, aber warum soll ich nicht jemand Zweiten oder Dritten dazu haben? Zwei Menschen, die sich wirklich lieben, würden wohl nie auf so eine abstruse Idee kommen. Die Liebe zwischen zwei Menschen ist etwas Exklusives. Da hat niemand Dritter etwas verloren. So ist es auch im Glauben. Das erste der zehn Gebote lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wie die Israeliten zur Zeit Biliams verführt wurden, mehrere Götter anzubeten, so geschah es auch in der christlichen Geschichte. Die alten Götter der Antike wurden ersetzt durch Heilige und Fürsprecher. Der christliche Glaube wurde mit der Verehrung anderer Idole vermischt. Heute haben die modernen Götter einen säkularen Charakter. Ein oberflächlicher Glaube übersieht, dass wir keine Christen sind, wenn wir gleichzeitig Besitz, Geld, Menschen, Hobby oder Unterhaltung so verehren, als wären sie das Wichtigste auf der Welt. Wie viel Zeit nehmen wir uns für Gott, für die Bibel und das Gebet? Und wie viel für unsere Götter? Daran können wir erkennen, welchen Stellenwert Gott wirklich für uns hat. Beten wir nun gemeinsam zu dem, der uns zur Treue auffordert. Herr Jesus, bitte hilf mir, zu erkennen, wo ich andere Götter verehre und dir untreu werde. Danke für deine Erlösung. Du allein bist der Herr und Schöpfer. Von dir kommt das Leben. Und in dir allein finde ich Kraft und Hilfe. Du sollst an der ersten Stelle in meinem Leben stehen. Amen. Das nächste Mal geht es um die Gemeinde Türthürer und ihren faulen Kompromissen. Bei ihr hat die Untreue schon einen offiziell geduldeten Charakter. Die Botschaften Jesu an diese Gemeinden sollen uns ermutigen, gotttreu zu sein. Es ist nicht egal, was man glaubt und wen man anbetet. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal darüber Gedanken machen. Auf Wiedersehen. Das nächste Mal geht es um die Gemeinde Türthürer. Untertitelung. BR 2018